Mit einer einfachen Online-Abstimmung werdet ihr das Urteil fällen. Das ist doch verrückt! Oder? Freiheit? Oder Tod? Die Abstimmung endet heute um 17 Uhr. Um 17 Uhr werden wir wahre Gerechtigkeit ausüben. Und dann töten wir Harvey. Wenn ihr wollt. Wir sollen abstimmen, ob Harvey sterben muss? Oh, und Abel. Schlechte Nachrichten. Ich werde deine Pläne fürs Wochenende versauen. Wer ist Abel? Numore, numore! Numore, numore! Numore, numore! Numore, numore! Numore, numore! Es hat einen Grund, warum es in diesem Land keine Todesstrafe mehr gibt. Die Armen mussten am meisten leiden. Ich denke, Harvey verdient die Todesstrafe für das, was er getan hat. Man darf keinen Menschen live im Fernsehen töten. Das ist barbarisch!